Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr seht, kommt im Test die Tornado Wirbel von Funke Feuerwerk vor. Das sind so Bodenwirbel, die einen Aufstoß haben, sage ich jetzt mal, die dann, keine Ahnung, so um die 15 Meter in den Himmel fliegen. Und ja, wirklich eine richtig geile Neuheit auf jeden Fall von Funke. Und ja, die seht ihr jetzt im Test. Viel Spaß. Jetzt für euch die Tornado Wirbel. Ich hoffe mal, die heben hier ab. Sehr geil. Und gleich noch die anderen beiden. Saugeile Teile. Richtig geil. Kaufempfehlung.